Mein Name ist Heinz Gattau, ich bin der Leiter der Busbildung hier bei Franky und verantworte ich für die ganze Ausbildung innerhalb der Bus-Ausbildung, die wir hier im Unternehmen betreiben. Meine Lehre hilft mir eigentlich täglich. Ich weiss, was es heisst, eine Lehre zu machen. Ich habe selber Erfahrung im Maschinenbau und durch das natürlich auch gewisse Fachkenntnisse, zwei Lernende mitbringen, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Wir wollen arbeitsmarktfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und da ist die Lehre der optimale Weg. Der beste Tipp, den ich den Lernenden kann, ist, dass sie etwas lernen sollen, was sie Spass haben. Wenn man Spass hat, was man macht, dann macht man es gut. Also verschiedene Sachen anschauen, unterschiedliche Schnupperlehren machen und da, wo man sich wohlfühlt, wo das Umfeld stimmt, dort anfangen mit der Lehrerin, gibt es eine ganz tolle Sache. Das ist der einzige Tipp, der Fach- und Führungskräfte von morgen. Unsere Lernende, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ich kann auch immer zu Mittagessen mit einzelnen Lernenden, die warten wahrscheinlich schon, sie ist kurz vor 12 Uhr. Ich sollte jetzt sagen, tschau. Zwischen uns Lernenden ist das Verhältnis mega gut und wir unterstützen uns auch jederzeit. Unsere Berufsbilder sind immer für uns da, wenn wir Anliegen haben oder Probleme haben. In der Franke haben sie uns ziemlich schnell sehr viel Verantwortung zugeteilt und wir haben sehr schnell gelernt, selbstständig zu arbeiten. Für mich in der Franke ist die Lehre ansprechend, aber es macht total Spass. es ist ein ganz wichtiges step.